Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stunduk Gaming und heute spielen wir wieder, wie ihr sehen könnt, ein Runde Haus zu bauen. Und ich will sagen, wir legen hier auch direkt mal los, wir gehen hier in die Tür rein, zack zack, setzen uns hier mal an unserem PC und kaufen heute ein Ferienhaus. Joa, machen wir doch mal. Ein Haus auf einer Klippe mit riesigen Pool und wunderschöner Terrasse etwas aufräumen reicht hier aus. Okay. Gekauft. Gut, mal sehen wie lange das dauert, bis das geladen hat. Ich habe gerade kurz vergessen, dass ich auch nehme, deswegen habe ich nichts mehr gesagt. Okay, ich bin da. Uppala. Das ist anscheinend die Eingangstür, oder? Ja, tatsächlich. Oh Mann, wie sieht es denn hier schon wieder aus? Oh, moin Lampe, wie geht's dir, meine Lampe? Okay, wir machen hier mal ein Licht an. Oha, das Haus sieht recht gut aus. Junge, was ist das für eine Riesenküche, die will ich auch haben? Ist das ein Kuchen oder Käse? Macht das Licht an? Ja, mache ich mal an. Ich denke mal, verkauft der hier Drogen, oder was sind das für Pflanzen? Okay, so, machen wir das doch einfach mal da hin. Da drauf, so. Könnte man da stehen lassen. Okay, so. So, ob das jetzt sein soll, um es nicht zu sein. Ich habe absolut keine Ahnung. Ah, hier kann man auch was reinstellen, okay. So, hier machen wir mal alles weg einmal, so. Zack. Oha, das ist ja voll die geheime Tür. Okay, so. Wie geht das denn hier drinnen weg? Hm, ich kann das so nicht weg, ne? Ja, damit kann ich es auch nicht wegwischen. Hä? Keine Ahnung. So, das ist ja auch nochmal weg. So. Hier ist noch irgendwo Dreck. Ja, hier. So. Ja, und das kriege ich nicht weg. Keine Ahnung, warum das nicht weg geht. Reinigen wir hier erstmal das Fett. So. Zack, 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 zack. Ah, die kann man auch so öffnen, okay. Sind das nicht einfach Türen? Ich denke mal, das sind einfach nur Türen. Aber egal. So. Okay, ich bin wieder weg. Das muss man hier aufregen, wenn man da unten. Ah, perfekt. So, dieses Kackfenster noch. Mann, das macht doch. So. So. Okay. Dann gehen wir mal ins nächste Zimmer hier. Das ist die Garage, aber, ja gut, da muss ich auch hin. Das war Dreck. Ist klar. Okay. Was soll hier denn noch sein? Egal, ich lasse das so. Gehen wir einfach hier rein. So. Wobei, ich könnte das hier auch wieder sauber machen, oder? Nee. So. So. Zack. Wo soll denn jetzt hier schon wieder Dreck sein? Egal, ich lasse das so, Leute. Bait schon keinen auf, oder? Ach, du Kacke. So, ich drücke hier mal kurz alles durch. Okay, so. Natürlich muss ich hier die Fenster reinigen. Wer hätte es gedacht? So. So. Zock, zock, zock. So. Kann man hier perfekt durchsehen. So, können wir auch öffnen, dann können wir hier auch raus. Das wollen wir aber gerade noch nicht. So. Bam, bam, bam. Okay, perfekt. Und das ist ja auch mal erledigt. Ich glaube, dann haben wir hier drin auch so alles eigentlich erledigt. Warte mal, hier ist noch ein geheimer Raum. Da muss ich noch einmal hier sauber machen. So. Das nochmal wegräumen. Warum gibt es hier zwei Badezimmer schon wieder? Egal. Okay, dann habe ich das ja auch erledigt. Junge, wie viele Räume gibt es denn hier noch? Zur Hölle. Ah, so. So, ich denke mal, hier ist jetzt auch alles weg, ne? Ja. Wird schon passen. So. Oh, ich muss hier auch wieder Fenster reinigen. Okay, so. Zack. Zack. Gut, dann gehen wir hier einmal raus. Machen hier einmal alles sauber. Zack, zack, zack. Bum, 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 bum. ja okay dann haben wir jetzt alles hier fertig und dann verkaufe mal die bruchbude so wir haben bezahlt warum wollen die jetzt schon so viel geld geben wir haben bezahlt 92.000 und die wollen wir 175.000 100.000 mache ich gewinnen da kommen hier um 2000er verhandelt noch geil sie hatten sie sind damit einverstanden dann angenommen leute ich würde auch sagen das war es mit dem video wenn es euch gefallen hat den last gerne leiten ab und kommentare schaut außerdem auf meinem disco server vorbei der ist unten in der video beschreibung verlinkt aktiviert die glocke damit ihr kein video mehr verpasst habt immer auf den tag haut rein also euer sandus